dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß! Tage 18 Impfer, selbstverständlich nur das Baumann Anders Beisend. Wie es Ihnen auch der Zielefort von Bemble DNF gemacht hat. Viel Spaß! Oh und da kommt ein Haas dazwischen. Uiuiuiuiuiuii. Bumble ist weiter. Hahaha! Ne, das ist Bumble. Bumble auf Soft. Bumble fällt genau die andere Playstation hier. Ich pushe das einfach direkt mal, ne? Geh jetzt auf Fett. Ja, geh mal auf Fett. Wo bist du? Ich bin leider auf 6 zurückgefallen, weil ein Pass meinte in einen Renault zu knallen und deswegen muss ich ausweichen. Jetzt sind beide Renaults auf 2 und 3 Palli. Ich brauche die Punkte, jetzt komm. Ja, der Bambel, der ist so gut, Alter. Ja, wow. Reifen blockiert. Alles klar. What a save. Alter. Ja, Alter. Fick dich doch mal, Amman. Was los? Ohne Witz. Äh, ganz ehrlich, äh. Was los? Alter, ich bin jetzt ganz hinten. Wow. Bei mir ist Bambel soft und letzter. Hm, Bambel ist zweiter. Nee, bei mir letzter. Ich will versuchen, mich jetzt zu überholen. Ey, das gibt's doch nicht. Aber jetzt hab ich schweiffade. Nee, die Boxen stopfen. Das war ich drei, zwei. Yo, Alter. Wie kann man das, dass ich Glück haben? Ja, Bambel, ich will jetzt ganz, ganz bestimmt nicht noch geben. Bambel, fight auch fair, ne? Ich war, fight auch fair. Yo, Bambel schießt mich ab. In der Urug. Und ich crash in Darnelinga rein. Wow. Was tust du? Was tust du? Du bist der, Depp. Ohne Witz. Ja, hallo, ich bin da. Also, Tür zu machen, gerne, aber nicht so. Rennsieger ist Bambel bei mir. Bambel, ich hab gewonnen. In der letzten Runde steht da Bambel Rennsieger. Da, fuck. Yo, ich hab mich zert... Bambel, ich hab dich irgendwie 20 Mal oder so. Ich bin jetzt zweimal in die Karre gefahren. Guys, das ist unglaublich. Das ist so unglaublich, guys. Ich denke, diese Runde... Please, don't record diese Runde jetzt. Please. This is so amazing. Ich bin kaputt, ne? Ja, jetzt stellt sich die Frage, wer hat gewonnen? Bally? Ja. Ich hab mich in der letzten Runde geschrottet. Ja, bei mir hast du auch gewonnen, aber ich hab bis zur letzten Runde dominiert. Bei mir stand plus drei Minuten oder so auf den zweitplatzierten. Ja, so kann's gehen. Tag 18 somit rum. Wir leiden uns langsam an den 24 Nächsten zu. Ich würd sagen, eine schöne Bischöre bei euch. Bis morgen. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert vom Snackly Snack Snack. Bis zum nächsten Mal.